Hallo ihr Lieben, wir sind, wie ihr sehen könnt, am Strand und zwar in der Nähe von Zipolite. Uns geht's super, hier ist es super warm, 35 Grad, deswegen läuft hier alles sehr entspannt ab. Die Leute entspannen sich, empfänglich machen oder genießen das ein oder andere Kühne getränkt oder fahren raus aufs Meer, um die Wale zu suchen. Und genau das, das haben wir heute Morgen gemacht. Wake-up-Zeit war 6.30 Uhr, da war es noch dunkel, die Sonne war noch nicht da, aber wir waren schon wach, kurzes Müsli eingeschoben und dann sind wir hier mit ein paar einheimischen Jungs aufs Meer rausgefahren und haben mal das Tierleben hier direkt vor der Küste, das Wasserleben direkt vor der Küste uns angeschaut. Unglaublich! Und wenn ihr dranbleibt und weiterschaut, dann seht ihr genau das, was wir nämlich brauchen. Viel Spaß! Viel Spaß! Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018